Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Dorftali und tut mir leid, die Kiste habe ich leider versemmelt in dem kleinen Gemüsegarten. Ja, die kann ich momentan nicht öffnen. Ich hoffe, dass es später mal geht. Wir müssen zum Sommer wieder hierher, aber momentan geht es leider nicht. So, wir haben uns ausgeruht, wir sind gestärkt, geschneuzt, gestriegelt und wir machen uns jetzt dann startklar. Wir haben auch ein paar neue Items bekommen. Ich werde gleich mal schauen, wer sie denn anerleiten kann. Bei wem es halt sinnvoll wäre. Schauen wir mal. Federhut und Zipfelmütze. Proto-Protes. Das kann die Hute schon, das heißt bei ihr ist es nicht so klass. Wie würde es denn bei unserem Vivilein ausschauen? Da würde es auch nicht viel besser. Wie könnte denn noch? Man kann sich da nicht damit aus anfangen. Nicht wirklich. Schaut, man Steiner kann das sowieso nicht verwenden. Nö. Nö, dann würde ich sagen, geben wir es trotzdem der Lili. Weil sie ist ja eh quasi am schwächsten. Mehr oder weniger. Verteidigungsmäßig halt so. Gut. Anlegen. Stein am so. Nein, nichts anlegen. Äh, Ability wollte ich sagen. Dann habe ich da schon mal wieder nachgeschaut. Okay, da ist ja alles, alles gut. Da fällt mir grad ein. Halt. Nochmal. Steiner, grad bei ihm. Äh, Falchion. Eben Kraftlinge. So, jetzt wird die schneller gelevelt. Bronzefäustlinge und Bronzerüstung. Passt, da gibt es nichts anderes. Also gut. Passt. Das haben wir. Alles gut. So. Dann machen wir uns auf. Zum Frachtschiff bitte. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Einen Moment Geduld bitte. Warte. 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 Ich werde das übernehmen. Du? Das sind ja ganz neue Töne, die du da von dir gibst. Äh, es ist für das Wohl der Prinzessin. Nicht etwa für dich, Kerl. Oh. Steiner? Er war doch so entschieden dagegen nach den Blumen zu fliegen. Hm. Steiner war dagegen. Sie haben Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe. Nee, nee, nee. Zitane, glaubst du, dieses Luftschiff fliegt wirklich nach Lindblum? Hm. Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber... Du sagtest doch auch, wir sollten... Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Hm. Zitane... Was gibt es, Vivi? Diese Marionetten, die wir unten gesehen haben, die sahen doch aus wie ich, oder? Stimmt. Sie sahen dir ähnlich. Ach, was. Das macht die Zipfelmütze. Hm. Jo. Die Wahrheit ist es schon. Jo. Sie sahen dir ein wenig ähnlich. Aber Marionetten sind Marionetten. Oh, das Sakrament. Es geht los. Was hat der alte da bloß wieder angerichtet? Egal. Komm, Vivi. In ein Schiff, das nicht nach Lindblum fliegt? Keine Zeit für lange Erklärungen. Komm schon, Vivi. Vertrauen mir. Hier rüber. Hm. Ah, gut. Na los. Komm schon. Ich weiß nicht. Die Färten haben wir jetzt los. Sonst fliegt das doch ohne uns an. Aber... Aber... Ich hatte doch gesprochen, die Haltung umzubringen. Gut, ich verlasse mich auf dich. Der Kahn hebt ab. Hoppala. Ups. Ah. Hey. Jetzt fummelt er noch auf meine Hintern um. Zitane. So eine Frechheit. Also wirklich. Hör mal. Das... Ich weiß auch nicht, wie meine Hand dahin gekommen ist. Und reg dich bloß nicht so auf. Hm. Genug damit jetzt. Aber hallo. Du bist ja ganz schön klar. Na. Also wirklich. Nein. Vivi. Ist du in Ordnung? Hier. Hier ist so schwierig. Lass uns hineingehen gehen. Lass uns hineingehen gehen. Komm schon. Komm mit. Zitane. Ich vertraue dir. Ich brauche mein Vertrauen nicht. Du brauchst mich nicht. Du brauchst mich nicht. Ist das wirklich lieber? Aber wenn die Sache hier rumfühlen geht. Dann krieg ich Eisbedingungen vielleicht noch los. Was? Ist sie schon soweit? Zitane. Was ist los? Ist irgendwas? Vivi. Was ist mit Vivi? Schau mal. Äh. Entschuldigung. Was? Ach du Schreck. Die bewegen sich ja. Ähm. Entschuldigung. Vivi. Diese Marionetten aus Tali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Vivi. Äh. Entschuldigung. Vivi. Vivi. Was? Hm. 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 Gut. Hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nein. Judith? Zehen sie durch mich durch. So als werde ich nicht für sie. Ich hab immer wieder versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie überein mich einfach. Wahrscheinlich weil ich nur einen Kopf kleiner bin. Entschuldigung bitte kurz. Ich geh mal ein bisschen auf. Denn wenn ich nicht bald was unternehme, dann landen wir doch noch in Alexandria. Oh ja. Und ich kümmer dich ein bisschen um hier. Ja. Ja klar. Was für einen Zweck Ding das hier alles eigentlich Sieht aus wie eine Schatzruhe Aber in Wirklichkeit ist das irgendeine Maschine Oh Ist das noch was? Auch nicht mehr das neueste Modell dieser Motoren Aber auf die modernen Nebelantriebe hat eben das Monopol Naja Der Kahn ist wohl schon seit Ewigkeiten im Einsatz Aber sie haben ihn gut in Schuss gehalten In Sachen Maschinenbau hat Alexandria einiges nachzupassen Ist also seltsam in einem Dorf Vitali neueste Technologie anzutreten Hallo? Dann gehen wir weiter Dann gehen wir weiter Ah frisches Luftchen Na? Na, na, na... Na, Opa? Was mach ich denn jetzt noch? Irgendetwas muss doch tun. Wie konnte es überhaupt geschehen? Da hab ich alles so geschickt eingeführt. Dann startet der Schiff bevor die Prinzessin an Bord kommt. Wie soll ich das bloß quillige Pranen? Hey Alter, was soll ich das gerade vor? Wir hätten es beinahe nicht mehr an Bord geschafft, du Trottel. Darin ist diese Besatzung nicht schuld. Äh, was? Moment, ich kann stimmen, was? Oh, du! Wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Kannst du sie... Also, hat sie sie doch nicht geschafft. Ja? Oh? Oh, das fehlt mir entstanden jetzt. Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl. Aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fährt. Oh, 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 oh. Und dort wirst du hängen für die Entführung. Genese also den Flug. Es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Glaubst du ihm erst, ich lasse dich zur Prinzessin durch, oder was? Opa. Es scheint fast so, als würden sie mich gar nicht warten. Die, 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 die ... Können wir noch fragen, oder? Mhm. Wir haben auch nun günstigen Bild, wie vortrefflich Königin Brane wird überaus zufrieden mit mir sein. Jetzt, wo die Dinge sich so darstellen. Aber wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg im Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er doch nur lebenslängig erhält. Diese Vorgehensweise beziemt sich nun mal für einen Mahnwetter. Aber sobald wir im Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es mit diesen merkwürdigen Besatzungen auf sich hat. Die scheinbar auf niemanden reagiert. Auch diese Vorgehensweise gezimmt sich für einen wahren Räuber. Was geschieht hier? Und der ist richtig sauer. Was hast du? Hast du Schluck auf? Kerl! Du wirst es warten! Na, warte! Du kleiner Pester! Hey, alter! Scheinst du doch hier irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Herr, du warst doch der Auslöser des ganzen Kurs. Ich bitte vielmehr zum Entschuldigen. Ich werde diesen Kerl sofort umgestellten und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Jawohl. Was gesch... Was ist geschehen? Hm, wo geht ich denn jetzt hin? Oh nein! Ah! Bibi! Bibi! Bist du in Ordnung? Ein Knips, wie du weißt. Also der Nummer 2, der dich tat. Das hätte ich mir nicht weinwiesen. Gegen mich, Nummer 3. Hast du jedenfalls nicht ein haupt einer Chance. Oh, ha, 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 ha. Prinzessin, bleib da, wo du bist. Bis ich diesen Lästig bestörte, dass du weggerannt habe. Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Was ist das? Diese Binnendosen erschaffenen Vaginettenhandelslebststände. Und wollen auch noch diesen Rotzlöffel in Schutz nehmen? Geht weisein oder wollt ihr euch jetzt bei mir wieder setzen? Es geht ab. Was fällt euch überhaupt ein? Wow! Es geht ab. Wirk, welche Grausamkeit. Uwaaa! Meister Vivi, ich streite an eurer Seite. Verwartet ihr zwei, Vivi? Ja? Wir kümmern uns um diesen schwarzen Sehrohr. Übernimmst du bis dahin versteuern. Wenn wir weiter fliegen, dann steht uns wohl noch mehr Gefahr bevor. Aber noch können wir umdrehen. Ob wir weiter auf Kurs bleiben oder zum Söhnentorf fliegen. Hinter dem wird sie umliegen. Oder ob wir nach Alexandria umkehren. Das entscheidest du. Allein. Okay. Ja auch immer. Ich bleibe weiter. Aber fliegen kann nicht völlig zu schwarzen. Alles klar? Ihr habt euch in den Gehirn. Ich... Na! Na! Warte! Warte! Mach dir keine Sorgen. Warte! Warte! Warum hast du... Warum hast du das gemacht? Du bist doch einer von ihnen! Das du zwischen ihnen und mir keinen Unterschied ausmachen kannst! Du verdrängst im Horizont! Du armst in die Kaputen. Selbst, selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein soll, das geht ein Schieb so weit. Bastard! Was trauert ihr denn überhaupt hinterher? Wo die herkam, gibt es noch viel mehr? Wer seid ihr denn heute eigentlich? Oh, und damit hätten wir alle versammelt. Frau Schmerz fliegt mit einer Klappe. Antworten wie gefälligst. Was hätten wir denn schon davon? Ihr habt doch sowieso gleich alles hinter euch. Wunderbar. Wer sich mir den Weg stellte, ist in den Tod geweiht. Na, grossartig. Das wird dann wohl hoffentlich der Letzte gewesen sein, den wir auch noch schaffen wollen. Irgendwie, auch wenn wir jetzt keine Heilung haben, bis auf die Potions. Oh, Bibi ist krankig. Und zwar richtig und zwar korrekt aus. Und hat dieses Arschloch doch seinen wahrscheinlich verwandeln umgebracht. Ja, aber zuallererst werden wir den guten Depp mal ausrauben. Oh, hartes Papier. Das trifft sich super für die Eifertage. Okay. Einmal aus Bibi. Super gemacht. Ich gehe noch mal drauf. Weil es so lustig war. Super. Spitze. Okay. Und jetzt für uns jetzt in der Arschloch. Ich klaue ihm alles weg. Oh. Blitze. Okay. Okay. Warte. Jetzt steht noch. Pycik, warte. Er�buk. Ich stehe 전에. Schwierigkeiten. Na, wir bauen meine Arschloch. Links da, das geht. Vielleicht geht's mit der Technik. Ein Schuss, Räuberauge. Ja, das ist ein Zubis. Hoppala. So, schön Stipp jetzt. So, die Fibi ist nicht mehr zu. Das heißt, jetzt können wir die ersten Lacken nur noch einmal einsetzen. Ich bin wieder fehlgeschlagen, jetzt muss ich aufpassen, die Damage. Das wäre so blöd, wenn der jetzt abliefert. Ich bin wieder gefeilt. Puh, noch glücklich gehabt, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin wieder schnell ein Teil, um zu heilen. Ich bin wieder gefeilt, der Zitane kommt mal an. Das passt jetzt ja gut. Na los, Zitane, du kannst das doch. Läuft alles weg. Ich bin wieder gefeilt, Zitane, Zitane. Sehr gut. Na los, schon viel Zitane was. Ich bin wieder fehlgeschlagen. Hm, zähle. Und ich würde sagen, Nehmannsteine. Ich gebe keinen zwischen Sammeln. Da, 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 da... Ich kann sie bitzen. Na los, jetzt machst du, magst du. Jetzt riecht es wieder nicht. Ich würde sagen, abwärmen. Selbliche Bibi. Freilich kriegt es Bibi. Bibi ab und scheinbar ist das richtig. Sauber, wie du das? Wer deckt? Wenn man mal schnell wegkommt, ob man was hat. Wenn ein Kari nichts ist, dann kann man was angehen. Mit dem besiegenen Blitzra. Wunderbar. Kurz warten. Prostitane. Diebstahl, der hat doch was. Der ist echt reich bestückt, der Kerl. So, dann stehe ich jetzt mal weiter. Abwehr. Hat sie zu ihm gehauen? Okay. So, auf die Bibi. Abwehr. Die Bibi. So, Abwehr. Die Bibi. Los. Die Bibi. Die Bibi. Oh Gott! Tja! Na gut, komm schon! Da geht Vivi den Steiner heilen! Ist widerlich geschlagen, das gibt's ja nicht! Ich hab schon nichts gesehen, was der Dritt noch hat. Also muss ich etwas seltenes haben. Nee, das ist schon so schwer zu steigen. Ist ja ungeheuerlich sowas. Ich hab schon wieder fehlgeschlagen. Das gibt's ja nicht. Hä? Ja. Ich würde fehlgeschlagen. Jetzt geh aber nachschauen. Es ist keine Zeit. Ich wollte überhaupt nicht jetzt nachschauen. Das gibt's ja nicht. Da, Vivi! Einmal nicht aufpasst. Das hast du ja nicht. Das ist ja nicht. Es... Es... Das brauchen wir. Bitte nicht das Vivi. Natürlich auch Vivi. Du Arschkopf, du Blöder! Ach, komm schon! Ja! 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 Das ist gut! Schon wieder fehlgeschlagen. Das ist gut. Ich glaube, das muss sehr schwer zu steigen sein. Und Vivi. Für mich eine große Portion. Warte mal abwerfen. Ich brauche jetzt die ganzen Tag, bis er das stipitzt hat. Oh, los, es kommt schon. Stipitzt es endlich. Ach komm, Zentano. Ach, komm, Zentano. Ach, Gott. Das kann ich nicht so lange dauern. Das hält das nicht noch mit, das ich nicht mehr verbracht. Also, Vivi, dann haut das nicht hin. Vielleicht hat sowas mit. Schon wieder fehlgeschlagen. Ach. Ich beziehe. Das ist eine Verweichung. Wie ist es das? Was sag ich? Ich werde vorher noch mal zu transferen, wenn sie alle hinzul investigación. Schön. ich habe das ist ja ich habe ich habe ich habe mich auch nicht weiter auf den Steppen drauf zu kommen ich habe mich auch nicht weiter auf den Steppen drauf zu kommen Wenn er das dann wieder noch abtippelt. Ich bin da viel gestanden. Jetzt wird's halt wieder ein Arschliff. Ich hoffe, dass... ...dass ich so langsam dorthin komme, wo ich ihn will. Ja, endlich Stipitzen, Gott sei Dank. So, jetzt kann ich kurz gehen. Endlich Stipitzen. Mal zwei Rücken, normal kann nichts mehr zum Stipitzen sein. Jetzt können wir Gas geben, normalerweise. Gut schon, dann habe ich nichts, bitte. So, sehr Dank. Sehr gut, dann gehen wir es an. Kachanga! Nehmen wir schon an den Rücken. Sehr gut, das haben wir schon geschafft, super. Das haben wir so gut gemacht. Spitze, spitze, spitze. Gott sei Dank. Meine einzige Bestimmung ist das Teil, jeden Feind zu verdient. Den haben wir auch besiegt. Aber der nächste kommt bestimmt. Wie viele von diesen schwarzen Sonstwas gibt es eigentlich? Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Hm? Woher willst du das wissen? Oder hast du vielleicht mit denen irgendwas zu tun? Sie nannten sich doch Tenöre, oder? Naja, mehr als drei sollten es also nicht sein. Hm? Was ist denn Tenor? Ich, ich kann das Südentor schon sehen. Dann hat sie sich also so entschieden. Alles klar, Vivi? Wird alles gut werden. Naja, ich weiß nichts, ich bin schon ein bisschen traurig. Das haben wir ja noch nicht. Du du hast alles gut angekommen. Du hast du was gesehen, frag ich. Habe ich, frag ich. Unsere schönen Schwarzmachtslataten, sag ich. Alle vernichten, sag ich. Die schönes Nummer, ist er zwar immer steiner, sag ich. Na gut. Ich nehme sofort den Steuerkörper wieder in die Hand, sag ich. Nummer 3 kommt zurück, sag ich Wirklich, frag ich, woraus er will Aber irgendwas stimmt nicht Stimmt er nicht, sag ich Er scheint aus der Kontrolle zu sein, sag ich Ich sagte doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich Und was soll die jetzt machen, frag ich Wir hauen besser ab, sag ich Zurück, gehst du weg, Abgang Ja, ich schaue sie Ja, ich bin weg, oder? Keine einzige Bestimmung, das ist die 15 von die Linke Die einzige Bestimmung ist die 15 von die Linke Man kann schon das Südendor sehen Das Südendor ist ein riesiges Grenzdor, das zum Passieren von Luftschiffen erbaut wurde Daher ist es genau auf Flughöhe gerichtet Aber um es zu durchfliegen, da braucht es schon ein wenig Geschick und auch Mut Soll ich das besser machen, Lili? Ich möchte auch bis zuletzt selbst steuern Soll mir recht sein, aber eigentlich ist dieses Schiff ja nicht für die Passage angemeldet Wenn wir Pech haben, machen sie uns das Tor vor der Nase zu Andererseits war die Kontrolle, als wir mit dem Theaterschiff kamen, nicht besonders streng Naja, wird schon schief gehen Captain Lili, flieg uns rein Danke Der alte Kahn fällt schon beinahe auseinander, aber der andere gibt ordentlich was her Sofort den Kurs ändern Prinzessin, sofort hart Backbord Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt er rasend auf Lili, der alte, hat recht, er verfolgt uns Voller Schuh voraus auf das Tor zu Bist du noch zu retten? Und was, wenn sie das Tor schließen? Unser Schiff hat zwar mächtig Schub, aber dem sein wendigen Flitzer können wir niemals ausmanövrieren Wir haben keine Chance, ihm zu entkommen Aber wenn wir es durchs Tor schaffen, bevor es zugeht, sind wir los, verstehst du? Also der spinnt doch, der Junge Steiner, gib vollen Schub, Alter Lili, halt das Steuerrad genau im jetzigen Einschlag Ist gut Mit vollem Schub und frontalem Kurs müssten wir es gerade noch so schaffen Hoffen wir es Oh Gott, ja! Oh Gott, ja! Das war voll gut Das ist nicht knapp Ui, ui, ui Mist, der hat so gut geschafft Ich gut, ich gut Fuh, das war knapp, ey Aber geschafft, knapp, aber geschafft Herrschaftszeiten Unser alter Cheppergornbier Großartig, jetzt können wir dann verschnaufen Wir haben es tatsächlich geschafft Sehr gut Seht aus, als könnte man mit dem nicht mal mehr eine Tasse Tee warm machen Und das ist ja schade drum, ne Das arme alte Ding hier, aber Wir werden uns trotzdem eine Tasse Tee gönnen Denn für heute ist Schluss Ihr Lieben Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören Fürs Zuschauen Und wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem, wer ihr das Video schaut Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi 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 Tschüssi